Jo. Brozik möchte uns gerne was vorsingen hier. Jo, hi. Ja, willkommen am Rettungsdienst. Ja, hi. Die Organisation, die heute Abend noch jeder brauchen wird hier. Wenn wir mit euch fertig sind. Das ist jetzt so zum Spaß singen, oder? Ach nein. Todeserhends. Ja, nee, ist ja kein Ding, ich sing gerne. Ich bin voll der geborene Sänger, ja. Einfach so zur öffentlichen Dlamage. Ja, okay, dann suche ich mir jetzt noch den Schnei raus und dann singe ich, okay? Ja, gut. Ey, wer stimmt denn da so fest? Äh, das ist die, das ist immer. Also nach dem Beatboxen muss er erst noch einmal kochen und dann, und dann kann der erst wieder. Ja, ne? Und deswegen. Ne, ne, ne. Oha. Okay, ähm. Ja, was haltet ihr davon, wenn von Revolverheld halt dich an mir fest singt? Hm. Du kannst dich gerne festhalten, wo du möchtest. Ja, aber das Lied heißt halt dich an mir fest. Von Revolverheld, das ist richtig chill, ich mein. Also, wenn ihr das nicht wollt, dann kann ich auch was anderes singen. Aber ich, ich bin, ich bin in dem Lied echt gut, ja. Muss ich euch sagen. Also, soll ich hier, okay, warte, ja, dann, dann. Ja, okay, dann. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Ich hab ein still. Ich hab ein still. Ich hab ein still. Hast mir lang nichts mehr erzählt. User joined your channel. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. User joined your channel. Sagst du an und sagst du weißt nicht mehr, weißt nicht mehr, was dich berührt. User left your channel. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Und wie fandet ihr das? Super, super, super. Was ist dein derzeitiger Beruf? Meiner? In-game? Ja, Waffen-Dealer. Und, 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 real? Arbeit suchen bestimmt. Also, ja, komm, ja, ich hab, ich hab ne Leben-Beitätigkeit, die ich jetzt nicht öffentlich nennen will. Gut, da, da, dabei bleibst du besser auch, ne? Jo. Gut. Soll ich jetzt noch mal machen? Also, nee, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann könnte ich auch gerne mit richtiger Musik, mit richtiger Stimmung, mit Gitarre, mit, mit, mit Gefühl könnte ich richtig ein Lied. Okay, warte mal, ähm, wer, wer wollt ihr jetzt noch mal schwanzverfleisch? Mit Gefühl, mit Gefühl richtig ein, ja. Also, wer, ja, ich kann, ich kann doch mal besoffen singen, wenn ihr das wollt. Ja, dann mach dich mal eben besoffen und dann, ja, ich kann noch einen, ich kann noch einen rauchen und dann kann ich aussenken und dann bin ich fannygert auf, wenn ihr das wollt.